Willkommen zurück zu GTA 5. Beim letzten Mal haben wir die Folge beendet, unter anderem, weil es ist an der Zeit gewesen und auch diese Quest hier war nicht mehr verfügbar, weil wir halt zu lange gebraucht haben, um herzukommen. Also, ist halt nur tagsüber verfügbar. Und jetzt sind wir da und können die Quest in Angriff nehmen. Michael Business, all right? Ich bin der CEO einer großen internationalen Corporation. Es ist sehr Zeit, aber nichts, natürlich, du wirst verstehen, als ein Junge von Leisure. You know, Franklin, wenn es eine Sache gibt, die du lernen kannst, von uns zu sein... Please, fucking Insanity. Dann können sie dich nicht verraten. Wenn du etwas gemacht hast, geh zum Busy-Man. Diese Richtigkeit ist nicht wertvoll. Oh, ho, 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 hold on, man. Könnt ihr euch das shit off? Oh, look! Boys, your boys, it's the Feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Fuck you. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on. Come on, Mr. Leisure-Wear, Mr. Depressed Accountant. Let's go save America. Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in International Affairs, you know, the agency. And they're using this facility to make a serious nerve toxin. Ah, bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. All right. So let me get this straight, then. No, 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 no. There is no getting this straight. That's the point. Now we're doing this. You two. We're on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? Okay. Na toll. Das kann er ausführen. Ist nicht weit, hat er gesagt. Macht voll Spaß, hat er gesagt. Listen to me, Steve. No wisecracks, got it? No fucking clichés. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibilities? A joke to you. So maybe I redeemed myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Here it goes. Nee, war eigentlich interessant, dass die halt jetzt auch mal was tun. Nicht immer nur uns die Drecksarbeit machen lassen. Weil nur noch hinter denen herkommen. Die sind wohl ganz schön flotte unterwegs. Die machen das wohl öfter. Gerade Mr. Depressiver Buchhalter, von dem hätte ich dir nicht gedacht. Der ist bis zum Ausländen. Townley, du hast den Schüttel. Wenn wir da kommen, geh'n nach der Arbeit und überfügt. Röger das. Okay. Wasser, Sauerstoff, Schneiden. Smart cutten. Okay. War hier jetzt schon vergeigt, ne? Wackelt aber auch ein bisschen. So, you got any more little facts for me from the instruction manual? Thought you'd want some intel on the equipment we sourced using your hard-won funds. Haha, I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Ich will wahrscheinlich auch da wasser wackeln, aber trotzdem. Nicht so einfach manchmal das grüne Ding zu erwischen. Aber wir haben's gleich. Das ist aber auch interessant, dass es die ganze Zeit unter Wasser immer noch so glühend ist. Obwohl das eigentlich sehr schnell abkühlen müsste. Ob das so realistisch ist, was wir hier so tun? Ich kenne mich da nicht so aus. Okay. Dann auf zum Labor. Du bist sicher, dass das Ding rauskommt, wo du denkst, dass du das so machst? Die Ente ist gut. Wir sind 100 Meter entfernt. Ah, ich fühle mich, dass ich eine Kulonoscopie für die Statue der Glückwunsch. Das ist eine gute Veränderung von Trevor Phillips' zu beendet. Du fühlst dich das? Die Wasser wird wärmer. Du weigst deine Pants, Davey? Das ist ein kühleres Tunnel. Natürlich wird es wärmer, niemand uriniert. Ich weiß für ein Fakt, dass das nicht wahr ist. Okay. Ob ich nur, dass die plötzlich einfach diese Ventilatoren angehen? Ein Propeller. Ja, so ist er halt. Jetzt sind wir schon da. Ist es noch weit? Okay, da ist doch meine Ansage. Okay. Muss sie hoch? Ja. Okay. Kannst du bitte teilen drehen? Ja, schön. Okay. Kannst du bitte teilen drehen? Wie sind wir? Wie sind wir? Wir sind bereit? Ich warst bereit. Wir machen das. Kommt, Davey. Was ist der Plan? Hey, hey, hey. Wir befinden uns die Toxin. Wir befinden uns die Strategie der Toxin. Das ist das, was wir haben. Great. Lass uns den Weg. Bank robber, setz dich auf Stun. Hands auf, jetzt. Let's go, let's go. Move, move, move. Hands where I can see him. Hey, wie kam ich hier? Jop, schon dabei. Auf zum Aufzug. Ja, für mich sieht das eher so aus als... ...als seien die vom FIB... ...hier so die richtigen Bösewicht, die Diamente mit dem Toxin... ...und alles andere, was wir für die machen... ...den großen Scheiß machen. ...und alles besser. Ja, nur deine Kamerakruhe ist hier. Ich bin genau hier. Ich bin genau hier. Bleib auf dem Top. Klar. Let's go. Dwa Lappgeeks. Ich muss sie mit ihnen zu beschäftigen. Okay, Lappoy vor Aus dem Gefecht setzen. Ach! 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 eigentlich finde ich umschauen die von den wahren entdeckung ich bin dabei, reingeswiped was macht er? ok, dann holen wir mal das nervengift tolle Idee oder sie lotsen halt Leute wie Michael mitten in einer Falle so Michael Spezialfähigkeit in Kampf einzusetzen einer weg töten darf ich ja nicht ne oder doch? ok der beschützt mich ich bin der wichtige Mann hier und jetzt weiter 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 oh shit was sagst du einfach? was quitschen hier so? das ratten oder so? da 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 okay da 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 ach du scheiße ja ja das Militär ist direkt hier da da aber auch bei Militärhilfen Kopfschüsse da das macht der eine da vorne ey da shit shit okay von gut dass die keine Kanaden gerade werfen oder so okay da d die 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 Du kannst das! Es ist ein grösses Geschäft! Du bist ein Klown! Die Mauer ist nach vorne! Okay Easy does it him. Just as I was getting used to having the apocalypse in my pocket. There you go. Oh, Phillips is on his way. Good! Get this thing ready to move! I'm just a couple clicks out! Is the package ready? Package is ready! Get over here, man! I can't believe they spent the tank from the Polito job on this chopper! It's a flying big rig! And we need a flying big rig right now. Die Frage ist halt nur, was macht die Regierung mit so einem Nerven-Gift? Und warum klaut die Regierung bei der Regierung? Verstehst du, was ich mein? Es ist doch alles nicht ganz koscher. Ja, ja, kommen wir schon. We missed the window! A-C-Response keeps already in the building! It's never too late! We're going! Let's go! It's too risky, Bandito! That bird goes down and takes half the west coast with it! You know what? If you're done puking up with excuses, how about we come up with a solution? Okay, okay! All right, uh, you go, I'll stay in cover! Fuck it! Fine by me! And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them! Come on! Let's go! Oh, FIB Special Agent! I got discovered! Detain this man! Fuck you! I should detain you! I just took a phone from my country! Pull it up! Get out of here! Okay! Er versucht sich da irgendwie gut rauszureden, ja? What happened back there? Where's Agent Haynes? Don't tell me we suffered casualties! Only self-inflicted ones! Fucking guy shot himself so he could pass as a double agent! Maybe they'll debrief him with a 12 inch aluminum flashlight! Haynes could be easy way out! We're the ones hoping we'll outrun the agency response team! I think Franklin's the one taking the easy way! Guy's got his feet up in an aircraft hangar! Look! Let's just get to the airport so we can finish this bullshit! When you drop us, I'll take the nerve agent! Mr. Phillips! Can I trust you to dispose of the chopper? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper! Like things that actually mean something! Not made up wars with made up enemies! Okay, setz die Kiste auf dem Anhänger ab! Der geht mir Mühe! Und langsam vorsichtig absetzen! Bäh! So! Und jetzt den Hutschrauber noch landen! Easy! Hey Frank! It's cracking man! So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell it could be shaving cream for all I know! By the way, next time you're getting wet! Oh, but there won't be a next time, will there Davey? There never is! I'll do my best for you, I always try! Yeah, well maybe this time we'll get lucky! Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques! Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now! Hey, Davey! Your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie! Just try and keep your heads down! Yeah, putz! Jesus! Oh! Fucking A! Yes! What's up, man? My days in the wilderness are over! Lester! He settled up with that crazy Mexican motherfucker! Gave him the artifact! Now, as long as Trevor handles the wife, we're good! But what about him, man? Yeah, fuck him! He likes the desert! Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway! Oh, man! I can't wait to get back to that movie studio! Yeah, well alright man, well shit, I'll holler at you later then, alright? What a shit show! I'll tell you what, you can take this desert and stick it! My life may be a world of pain, but from here on out, it's gonna be cool, comfortable, air-conditioned pain! Take it easy! Take it easy! I had a wonderful time, Trevor! But we both know, I made a vow to my husband! I'm sorry! I'm sorry! Everyone I love, man is ready! I am not a bandwagon! I am going home! You just treat you! I know! I know! I know! Hurry up! Ich wollte ich nicht! Nein, wollte ich auch nicht! Die Lichter anmachen! Die dich obendran! hab die auch wenn schon hier jeden hupen kann er jeden länden okay hallo ich bringe frau zurück hat sie mir nur ausgeliehen ich kann nicht richtig mitgekriegt das schwer war eben das ohr abgehauen abgeschlagen abgeschnitten hat gut ab wie geangelegenheit okay sag mal aber echt ich würde sagen ich habe wirklich hintermeldung so jetzt haben wir eine t-quest dann noch irgendwas also machen wir das mit schwer wird tatsächlich erst mal weiter an diesem rein und dann mal gucken das wird schon wie viel geld haben wir jetzt ach so noch nicht so viel können wir auch mal gucken am straßenrand natürlich hat sich da jetzt irgendwas ganz toll getan die ganze zeit sss war am wachsen die ganze zeit die ganze zeit wo ist jetzt wieder ein bisschen am wachsen hoffe da geht noch was ja piss war es dann natürlich unverändert na gut wollen wir mal nicht so sein ich habe aber auch ein glück mit den aktien wahnsinn du denkst du machst ein gutes geschäft ja nee denk nochmal aber eigentlich ist das schon so interessant halt einfach irgendwo was investieren gucken was halt daraus machen kannst und so vielleicht mit dem was investiert hast was positives bei rausholen und dann woanders besser investieren oder so weißt du halt so mit so ein bisschen glück auch es ist ja nichts was man wirklich beeinflussen kann das ding was wir bei dem polizeieinsatz hatten beim bankeinsatz das haben die jetzt ja nur ein freund das kumpel oder ich dachte ich fahr scheiße na du dann schade um dein motorrad ich kümmere mich gut darum wo ist der typ eigentlich hin nein ich will die west coast hier haben wir eigentlich immer noch keine garage mit trevor hangar ja aber oh da vorne ist eine garage wenn hier gerade was frei ist weißt du kaufen für 30.000 kann man mal machen kann man mal machen kann ich jetzt kauf ist nicht jetzt wo auf einmal ein lilan helme her garage gekauft cool ich würde sagen meine garage damit jetzt auch mein motorrad auch hier bei ihnen zu hause hat er auch kein ding hat er in der nähe von garage haben wir in der regel auch ein los hand des customs oder waschanlage hier nation weil könnte man ja was kostet hier der hafen jachthafen ja gut jachthafen habe ich jetzt vielleicht nicht unbedingt das nötige kleingeld für nicht ich würde sagen soll das hier ein jesuskreuz sein oder was Oh nein, das ist irgendwie ein Maskottchen-Ding. Ich bin ja wirklich jetzt erfolgreich Besitzer des Motorrads geworden, ne? Weil der Vorbesitzer leider abkömmlich geworden ist. Aufgelöst in den Briefkasten. So wie das halt manchmal so ist. Ist so. Hier irgendwo rein. Hinter, die Bims. So, da muss immer repariert werden, eine bessere Panzerung mit rein, Karosserie, Karbonplatten. Wie sagt irgendwas? Keine Ahnung. Ich würde es jetzt einfach sein lassen. Bremsen, ja. Im Falle als Falles Motor, ja. Auspuff. Doppelcarbon-Auspuff. Ach komm. Kostet nicht viel. Rupe. Äh. Ja. Ja. Lichter. Lackierung, Primärfarbe. Nicht unbedingt verbrumt. Auch sollte schon irgendwie so ein komisches Rot haben. Weil man mag ja irgendwie Rot. Gnadenrot. Sehr gut. Und eine Sekundärfarbe bitte auch. Klassisch, Gnadenrot. Ne, ich finde. Ich finde es nicht. Da. Getriebe. Jo. Turbo. Jo. Reifen. Oh, er ist Tuning-Felgen. Welches sind denn Tuning-Felgen? Wo soll ich einfach irgendwelche davon dann nehmen? Nehme ich denn da? In das Eis-Shield. Jetzt kann ich die Felgenfarbe noch angleichen. Nehme ich das. Flammenrot. Ja. Reifen. Reifenmuster. Okay. Tuning-Reifen. Jo. Passt. Reifen-Verbesserung. Schusssichere Reifen. Jo. Reifenqualben. Roter Reifenqualben. Muss ja auch zum Rest des Dingens passen. So. Ich bin sicher, dass ich das so haben will. Der rote Teufel. Wow. Okay. Leider geil. So, dann lass mal wieder ein bisschen Geld ausgeben. Bisschen neu einkleiden und so. Vielleicht auch mal wieder zu einem Friseur. Was ist jetzt? Ja, hallo. Neuer Kontakt, Patricia. Und dann halt das Profilbild dazu. Schön. So. So. Was? Fisch oder was? Okay. Was haben wir denn für geile neue Shirts hier? Gibt es hier sowas von wegen so, ich hasse Hinterwildler oder so? Pumpenrun. Gymnasium. Ja, nee. Besser nicht. Das ist Kurs Classics. Nee. Paperclips. Okay. Oberteil in Shorts. Äh, ja. Würde gehen, aber irgendwie nicht. Holdinghemden. Nein. Hose. Einfach mal neue Klamotten für ihn hier. Warum eine scheiß braune Hose? Polo Web? Nee. Weiter auch so. Nee. Kann man eine Brille aussuchen? Aber irgendwie nicht. Irgendwie steht ihm davon keiner. Ich kann meinen Hut ganz hin. Will ich das? Theoretisch könnte ich ihn mir mit Capi vorstellen, aber irgendwie, nee. Nö. Tiefel. Ey, nehm mal die hier. Trevor war shoppen. Eine Weste könnte ich mir bei ihm hier noch vorstellen, ne? Aber Westen sehe ich jetzt nicht. Nun ja. So, vorne Kino. Gibt es da noch irgendwie einen geilen Kinofilm für heute? Reinwood Records. Der einsame Roboter. Ja, komm. Gucken wir mal. Next Summer in 3D from Fred's. Things just got a lot more complex in Toytop. Neurotic Toys. Fred's Pictures Proudly presents Loneliest Robot In Great Britain. Für Mutter. Mit Untertitel. Du bist okay, Leute? Oh, einfach fantastisch, Martin. Wow, wirklich? Natürlich nicht, du dummer Dich. Ich bin ein fucking Roboter in einer Faktorien, mit einem fucking Sarcassum. Ich würde es totalen Scheiße sein, wenn ich sogar noch alive wäre. Still, at least du fit in. Mit den Leute, ich meine. Oh, zu recht, 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 wie ein proper fucking Gezer, ich bin. Und nicht zu sein, wenn ich einen Risch-Manns-Meatwarmer. Wait, was sollst du sagen? Ich habe die Piss, Marty. Das ist nicht so, dass ich nichts von mir verstanden bin. Wer ist das, die Krumpet? Ich kann nicht erinnern, aber ich hatte sie mit Gary. Gut für dich, Wait. Anyway, Entschuldigung, Marty. Ich muss zurück nach Arbeit, oder die Mittelmanagement, wir lassen uns wieder auf wieder. Wir haben Spaß beim Ballet. Was? Ich liebe Ballet. Und jetzt? Ich werde mich nicht mehr auf, wie ein weiterer Roboter. Ich werde mich nicht mehr auf, Ich liebe die Alen und Böden so viel wie das nächste Roboter. Ich liebe das Alen und Böden. woher ich mich nicht mehr auf, ein schrecklich, mittlerer Droid. At least der Boss noch ein lief. Martin? Martin? Komm in hier, der Mannschaft! Aber, in der Zeit, ich bin wirklich nur ein, unser kleines Wanderer. Oh, clean it nice, yes, yes, I've made a boo-boo cake back there, oh, no, no, further down, further down, further down, oh, thank you, Martin, oh, my God, look at that, fantastic rear end, love to take that little filly for a ride, bet she'd take me to heaven and back, do you hunt, Martin? No, sir, but I, I love self-improvement, in fact, I wanted to talk to you about some inefficiencies I've found, I think we could make some sorry, I, I think you missed a bit, get in good indeed, can't have a rash, ah, oh, that's better, that's better, hold me, Martin, tell me you want me, tell me nanny wants me, tell me nanny wants me more than Freddy. Nanny wants you more than Freddy. That's good, that's very good. Who ate all the cock? Who ate all the cock? You posh bastard, you posh bastard, you ate all the cock. Wanker, I'm not posh, I'm not a pikey, I'm not gay. Oh, my stars, my bloody gaydar is off the charts. I'm penis-pegged. Ow! Wanker! I just hate being middle class. I'm the loneliest robot in Great Britain. I don't fit in anywhere. All I do is make sarcasm all day and worry all night. At least I can have a pint, play games, and nobody will tell me to go to my room. Go to your room! You're totally sucking this guy! Shut up! I'm gonna combo you! Did you hear me? You horrible little shit! Go to your fucking room! Go to your fucking room! Oh, yeah. Oh, du bist eine kleine Roboter. Oh, du hast es gut in der Herzen. Fuck mir! Oh, Maury, nicht wieder! Ich bin nicht auf dich, Martin. Ich bin ein Droid-Pleasure. Es ist meine Natur, zu haben sexuellen Interkurs mit all diesen Männern. Es ist nicht so, dass ich es so viel genutzt bin. Ich weiß, ich bin emotional nichtarticulant. Mit mir, ich bin ein... Ich bin ein... Ein Roboter? Ein Britannischer Mann. Ein Britannischer Roboter. Ich möchte dich verraten. Ich mache kleine Roboter zusammen. Vielleicht könntest du ein Droid-Pleasure. Du musst dich schlafen. Ich werde dich niemals verraten. Du bist verraten. Jeder weiß es. Wir alle lachen bei dir hinter deinem Brot. Really? Nein, natürlich nicht. Aber ich liebe zu essen mit anderen Männern. Es ist zu viel, um es zu verraten. Sie geben mir etwas, was du niemals kannst. Jetzt, wenn du dich nicht verraten, ich bin in der Mitte von etwas hier. Ich bin in der Mitte von etwas hier. Ha ha ha! Schau, Razzie! Wir sind aus verschiedenen Dingen! Ha ha ha! Das tickle! Mama, sind wir in der Mitte von etwas hier? Wir waren nur spielen. Vielleicht wäre du ein besserer Son, wenn du nicht mit den Filmen spielen würdest. Komm her, ihr! Was machst du, Mama? Don't! No! 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 What are you doing, Martin? Don't! What the hell have you done, you bourgeois tin-gun nutjob? Ich liebte sie! Ich werde dich für das, ihr kleine Scheiße! Komm her! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Ich bin der Mann! Was habe ich gemacht? Ich muss mich wiederholfen, um mich zu lieben! Ich weiß! Ich gehe und sehe Phil, bestem Freund! Er ist ein guter Mann! Er macht mich nicht so wie ein wunderschönes Klassiker! Er weiß, was zu machen, um die Mauer zu verholfen und die Perverts zu meinem Haus. Oh mein Gott! Phil! Was ist passiert? Entschuldigung! Phil wurde decommissioniert. Ich weiß, dass ihr Freunde waren, aber weiter und weiter, ja? Der neue Modell, Phil, kommt mit einem Touchscreen! Brilliant! Du cretin! Er ist tot! Er ist tot, du Mann! Er ist in Obsoleszen. Wir alle lieben es! Er war mein Best Freund! Er ist tot! Er ist tot! Er hat das! Er hat sich geraut und die Perverts zu interessieren. Er hat sich geraut, um den Abenteuer zu machen. Und hier ist das zum Beispiel mit dem Vorfeld. Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Finally! The last piece! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Hast du gesehen, das war nicht mal knapp. Hätte noch irgendwie bremsen können. Ich bin nur vom Gas gegangen. Oh, shit! 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 Weg hier! So. die brauchen eine neue frisur schauen wir mal was können wir denn machen vielleicht sind auch nur selben wie vorher es sind mehr oder weniger sehr wie vorher aber kommen wir mal im buch werte können wir dem machen hatten wir schon lange nicht mehr und wir machen das passt ja dann zu langer frisur sieht dem ich immer ähnlicher sollte ich mir gedanken machen ich weiß nicht nicht jetzt vielleicht später ok was ist hier los irgendein auto hat die dauerrufe na gut dann würde ich sagen wie das jetzt hier weitergeht das gucken wir uns an in der nächsten folge von gta 5 und dann gehen wir zu unserer quest dahinten weiter ist ein viel spaß noch viel dank fürs zuschauen und bis denne